Toll, super. Den kann ich nicht durch, ne. Ja, dann würde ich mal behaupten. Obere Ebene, cool. Geht also doch noch ein bisschen mehr hier weiter. Das wird nicht lange dauern. Sehr schön. Fertig. Sehr gut. So, was haben wir hier? Oh, jetzt sieht man einer, guck. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation, aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach verkieren und faulem Zauber. Mein Atom sank mir einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Ah, interessant. Da haben wir was. Gut, mir ist wieder voll. Moment, ganz kurz gucken. Okay. So, kurze Rundfahrt hier. So, hier lang war kürzer, glaube ich, ne. Ja, hier lang war kürzer. Ja, dann gehen wir mal hier lang, würde ich sagen, ne. Ja, okay. Reclaim for the people of Colombia. Emporia. Emporia Towers. Ah, genau. Hier sind wir jetzt wieder. Dann ist es ja nicht mehr weit. Hier das Stück zurück und dann dürften wir auch schon wieder dort sein. Dort sein. Kann man hier rein? Ah. Schluss. Fast übersehen. Fast übersehen hier. Ja. Fertig. Sehr gut. Und mehr stöcke ich sogar noch. Das heißt, hier gibt es noch einiges. Uh, dunkel. Was steht da? Order. Oder? Oh. Oh. Oder? Keine Ahnung. Na ja, Hut. Hügelläuferhut. Bei Zerfall eines Schildes wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 40. 50. 5 Sekunden lang 50% schneller. Nö. Ich bleib bei meinem geilen Flammenhut da. Damit schnetzele ich alles weg, so ziemlich. So. Jetzt sind wir gleich wieder da. Hier lang. Nach wie vor. Ich bin jetzt gerade klein wenig desorientiert, aber... Ah, hier lang. Genau. Und dann sind wir da. Ups. So. Na dann. Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 90 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Wie schön, dass Sie vorbei sind. Sie sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie kein? Puh. Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist Todd Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ah. Ha. Ja, da weiß ich ja bereits, wo die ist. Da waren wir ja bereits. Ja. Genau. Bin in der richtigen Richtung. Hatte ich das hier schon? Was sehen wir denn da, Feines? Da, diese Banner. Das kommt echt. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Blutrot. Tourist. 27 von 37. Ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt bisher alles hab. Oder ob ich da schon jetzt was verpasst hab. Oder wie das auch aussieht. Oder wie es hier aussieht. So. Opa. Er musste laden. Wonach suchen wir? Da ist es. Okay, Moment. Ach, was. Hier. Muss sie jetzt knacken noch, zusätzlich. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstockhaus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, hab ich nicht besonders viel übrig. Verständlich. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Na, dann öffnen wir mal. Was machen wir? Oh. So was gehört sich nicht. Ach da, auf der Seite. Okay. 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 What the fuck kommt jetzt? Siehst du, Kind? Du bist einem falschen Hirten gefolgt. Und er führte dich auf Abwege. Das ist arschig. Wow. Alter, was für ein Cranker-Shit. Ich, ich weiß nicht. Elisabeth, alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erst mal ausruhen. Nein, ich hole uns diese Hand. Elisabeth? Warum ist deine Mutter ein Geist? Gute Frage. Sie ist keiner. Er, er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Okay. Oh, ich hab da grad ne Theorie. King, King, King. Wie ist die Liebe, dass dein Schuss greift? Ein Schuss greifen. Ein Schuss. So. Berg. Basta! Ich finde diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht unerledigtes Erledigt. Aha, wo? Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstockhaus zu öffnen. Aber ich will da oben rein. Warum kann ich da oben nicht rein? Scheiße, Mann. Ah, okay. War ich hier vorhin? Ja, hier war ich vorhin auch. Founder Lies. Lockpicks, juhu! Optional, finde den Voxcode. Ja, ich weiß, wo der Voxcode ist. Aber den Voxcode, wozu? Warte mal. Optional, finde den Voxcode. Du hast eine Voxschiffe gefunden. Halte nach dem Ausschau nach Voxcode. Und wo ist dieser Code? Ach, egal. Ich bin ja nach wie vor... Ach, ich das hier irgendwie entzünden kann oder so? Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ich gucke erstmal hier ein Stück weiter noch. So. Wahrscheinlich irre ich jetzt hier erstmal eine Zeit lang rum. Will ich endlich peile, wie es weitergeht. Ach, ne. Hier war ich schon. Ja, okay. Moment. Sie meinte Fußspuren. Das heißt, ich halte jetzt mal Ausschau nach ein paar Fußspuren hier. Wie kann es über den Wolken regnen? Und warum gehe ich jetzt die ganze Zeit nach links? Oh, Mann, ey. Keine Ahnung. Eui, 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 eui. Ich will hier hin. Mann. Okay. Fußspuren. Ich konnte da noch eine Leiche durchsuchen. Oh. Eine leere Leiche. Okay. So. Wo zur Hölle sind hier jetzt Fußspuren? Ich sehe hier nichts. Schade, dass Sie sie brauchen, um ein Comstock-Haus zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen. Was? Hm. Finde, die drei. Ja, auch noch so kastisch. Das scheint sie zu mögen. Stimmt nicht mit Leiche. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie, sie gehört nicht hierher. Ach was. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Okay. So. Ruhe hier. das halten hier war ein schloss kinderspiel da müssen wir rein okay na dann ab rein da okay waren wir hier nicht schon eigentlich bei echter meinung wohl doch noch nicht lass mich raten zu dem größten großen bösen gerät dort hinten hier scheint die stromquelle zu sein was haben wir denn da schönes komstock hat unsere vorrichtung sabotiert moment schild salzkapazität schild mehr schild sind nicht tot theorie wir sind über den möglichkeitsraum verteilt aber mein bruder und ich sind zusammen und so bin ich zufrieden er aber nicht die sache mit dem mädchen bleibt ungelöst aber vielleicht gibt es jemanden der sie an unserer stelle zu ende bringen kann aha